Hallo Leute, ich bin's, euer Dustin. Leute, heute ist es endlich soweit. Meine CD Herz ist endlich draußen, Leute. Und ich bin richtig gehypt, dass es jetzt endlich soweit ist. Ich hab mir wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf diese CD. So Leute, und aus diesem Grund haben wir uns eine mega Action für euch umüberlegt. Und zwar gibt es 200 handsignierte XXL-Poster von mir. Hier könnt ihr sehen. Eine mega, mega krasser Action, Leute. Und wie gesagt, es ist XXL. Und die werde ich jetzt alle unterschreiben. Here we go. Und Leute, manche von euch wissen bestimmt, dass ich die CD Herz in Fotoventura aufgenommen hab, Leute. In einer Strandvilla. Das war crazy. Einfach nur geil, Leute. Und wir hatten einfach eine richtig krasse Villa. Und man konnte zum Meer herunterstauen, Leute. Und es war einfach übertrieben krass. Eine richtig krasse Atmosphäre. Und ich denke, diese Atmosphäre hört man auch in den Songs. Ich mach wieder Action mit der Gang, du verstehst das. Gestern in London und heute in Vegas. Du weißt es bereits, Baby, bei mir da geht was. Du sagst mir, ich liebe dich. Ich sag, ich lieb dich zehnfach. Du weißt doch, Baby, ich liebe nur dich. Ohne dich bin ich nicht ich. Mit dir an meiner Seite, Schatz, es ist genau wie ein Leben unter Pan. Mit dir ist so nice, so kaffee, kaffee, könnte so ein Leben niemals machen. Mit dir an meiner Seite, Schatz, es ist genau wie ein Leben unter Pan. Ein Leben unter Pan. Leute, ihr habt es bestimmt schon gesehen, dass ich die Poster auf die Seite schiebe. Und dass vielleicht ein kleiner Knick auf der Seite sein könnte, Leute. Nicht wundern, das war ich. Und wie gesagt, es geht ja nicht anders, weil man schiebt ja die Sachen rüber. Und dann fasst man sie ja hier an und dann geht ja nicht anders, Leute. Ich will mit dir sein, außer dir brauch ich kein. Ich hab diesen High Baby, so wie CR7. Ich drückte deine Tränen, Schatz, auch wenn ich nicht bei dir bin. Ich bin dir so dankbar, es ist keiner so wie wir. Ich hole den Erfolg, mein Schatz, und teile ihn mit dir. Du weißt doch, Baby, ich liebe nur dich. Ohne dich bin ich nicht ich. Mit dir an meiner Seite, Schatz, es ist genau wie ein Leben unter Pan. So Leute, ich hab gesehen, dass sehr, sehr viele die CD schon vorgestellt haben. Und ich bin euch einfach wirklich sehr, sehr viel dankbar, Leute. Ihr seid einfach krass, ihr unterstützt mich nur, wo ihr könnt. Und ich weiß wirklich zu schätzen, Leute. Dankeschön. Leute, es ist einfach so cool, so etwas erleben zu können. Zum Beispiel jetzt die CD-Leute und das Poster. Ich will einfach meine Leidenschaft mit euch teilen. Und ich freue mich einfach, dass ich diese Leidenschaft mit euch teilen darf. Meinen Traum mit euch teilen darf. Und ich wünsche euch einfach sehr, sehr viel Spaß mit der Herz-CD, mit dem Poster. Viel Spaß, Leute. Und danke, dass ihr mich so unterstützt. Ich bin unter Pan. Ich bin unter Pan. Ich bin unter Pan.